und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde minecraft so weit wird die linie auch direkt wieder hoch ey das ist doch jetzt ein witz mann blöder schnee nein wisst ihr was ich geht es ja ich würde mich jetzt einfach nein was ist ich hasse dieses schnee diesen schnee hallo bau ist ab wir müssen mal hier kurz auf so einem kopf bauen wenn wir in die richtung oder in diese richtung ich würde sagen in die rechte hier und wir laufen dahin so schnee bium ist mir ist zu kacke man lass mich ich hasse es deswegen will ich nicht in diesen kack schnee bium hier lass mich jetzt laufen du blödes schnee da ist ein anderer ne ist auch schon ach du eiliger was denn hier passiert warum ist da ein baum ähm ich würde sagen wir gehen nicht hin so ey dieses video ne das hängt die ganze zeit leute es tut mir leid dass sie ja die ganze zeit rumhängt kann aber wenig dafür das ist weil minecraft so viel fps zieht alter also es hängt jetzt schon wieder äh es juckt mich jetzt nicht mehr das ist wieder mein kürz also das liegt an meinem kack pc eigentlich habe ich einen kuh pc kann jetzt auch irgendwann mal dieses kack bium kommen bitte wir sehen uns gleich hey leute ich habe jetzt ein dorf gefunden nach langer suche tücken die hier erstmal weil ich hoffe hier ist kein eis in kohlen die nehmen wir auch mal mit im bett endlich packe klauen wir auch tür so ist gehen wir mal wieder auf suche also hier hinten ist noch so ein kackdorf hier ist ein film ist hier was drin nee mach alles kaputt hätte ich jetzt ein feuerzeug ich hätte das alles angezündet dann kann ich mal ihre dinge halten äpfel eisen genau das habe ich schon egal dann habe ich jetzt zwei schuhe tschüss dich sooo junge ich habe gesagt geh weg verkaufst du es mir auch noch teuer tschüss also soll ich mal die locke hier kriegen so tschüss hier war ich gerade drin huh hießt euch jetzt ihr kleinenputzel roth wo Und Kartoffeln. Junge. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So weit auch kann ich mitnehmen. Bleib hier. Ach komm. Wollen die mir was zeigen, oder was? Hier ist irgendwo eine Höhle. Perfekt. Hä? Warum ist da Feuer? Gott. Ich klaue einfach alles hier. Meins. Alles meins. Mann, ich habe immer noch keine Schaufel. Das geht mir auf den Sand. So, weg mit dem Feld. Wollt machen wir jetzt eine Schaufel. So. Kauf weg. Alles weg mit dir. Ich packe hier noch den Ofen hin. Okay, die Backe reicht auf. So, jetzt kann ich gemütlich weitergehen. Oh, Kohle. Warum fängt es jetzt an zu pissen? Hilfe. Das ist jetzt mein Haus. Hier wohne ich jetzt. Fängt mit dem Schmutz. Ich mach das da vor. Da vor. Betz. Dann schlafen wir mal kurz. Haus hier. Warum ist hier eine Pflanze? Irgendwo hier ist auch der Höhle. War das okay, dass ich das gemacht habe? Ich glaube nicht. Hi, Kind. Komm her. Tschüss. Kommen wir jetzt wieder ins Schneebi um? Wenn ja, dann schwierig. Kommen wir einfach hier die Bären. Für einen Fuchs. Nee, einen Huhn. Oh. Macht denn einen Huhn hier? Füße brauche ich nicht. Ey, ernsthaft? Jetzt ist hier wieder Schnee. Na, okay, Leute. Das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, was gerne weiten, abonnen, kommentare. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hab einen Traumaufentag. Haut rein an den ersten So. Ciao, ciao. Ciao, ciao.